Bruder, gib mir mal diese Kekse kurz. Ich wollte dir vorhin sagen, du hast gesagt, alles auf den Boden, ich esse gerade wie vom Bruder. Ich küss dein Herz. Ich küss deine Knüscher. Mary Jason. Wer kommt jetzt? Bruder, ich küss dein Trommelfell. Stimmt, ihr hört mich auch, ne? Ich dachte nur, die Fans hören mich. Jetzt. Von meinem Bruder Hanni Mukta. Okay.